Hallo Freunde, ich bin wieder da. Ein kleines Game. Heute mal Only One Merkur. Ein Spiel. Letztes Mal hatten wir ein Video mit einmal Balli. Ich glaube den Western Jack haben wir geballert. Und heute ballern wir hier mal wieder den Merkur. Wollen wir ein Euro-Game spielen, haben wir mal den Jokers Cap. Den haben wir schon lange nicht mehr gemacht, Freunde. Schauen wir mal, ob wir da Erfolge haben. Und wenn wir mal ein Euro spielen, vielleicht kriegen wir ja ein Cap. Und der haut mal was rein. Schauen wir uns an, Leute. Ab geht's. Ups, verdrückt, sorry. Jokers Cap. Ihr wisst ja, Freunde, wenn ihr öfter mal meine Videos anguckt, ich zeige immer gern zwei Automaten, zwei Spiele nebeneinander. So. Ich finde das ganz geil. Na, da ist er schon drin. Die Damen, jetzt noch das Pferdl kommt. Pferdl, Pferdl, Pferdl. Ach, der Geier. Na ja, war auch nix. Finde ich immer geiler, weil ich hier beide Automaten nebeneinander mit zwei Spielen bedienen kann. Und wenn mein nächster Multicomp, der dann hier hängen wird, wo jetzt diese Obstdose hängt, da haben wir dann drei Automaten nebeneinander. Können wir hier drei Spiele zeigen auf einmal. Ja, Leute, muss ich hier ganz ehrlich sagen, bin ich glaube ich mittlerweile eigentlich fast der Einzige in YouTube, der zwei, drei Spiele nebeneinander zeigen kann. Weil für die anderen, die in der Spiele spielen, ist das natürlich nicht ganz so einfach. Kann natürlich nicht sich in die Mitte von die Spiele stellen und dann zwei Automaten filmen. Ich finde es cool so. Werde ich auch beibehalten. Immer mal wieder ein Spiele, mal zwei Spiele, mal drei Spiele zeigen. Ja, jetzt geht die Spielezeit dann wieder los, hoffentlich irgendwann. Da werde ich dann mal auch ein bisschen Content aus der Spiele liefern. Da werde ich aber sicherlich nicht hochspielen, weil ich kenne die Geräte, wie ihr wisst. Ich habe sie selber zu Hause. Das macht mir keinen Sinn. Dann mache ich lieber die hohen Einsätze hier bei mir, Leute. Das sollen die machen, die sich leisten können. Die sogenannten High Roller. So, kleine 11 Euro rutsche. Nicht schlecht. Und ebenso. Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Ja Leute, wenn ihr noch eine kleine These hören wollt zu den Kisten, die ist natürlich von mir nicht beweisbar, das ist bloß eine These, die ich habe, und zwar, dass die Walzen, die Symbole nicht fest auf den Walzen sind, dass die sich sozusagen unter dem Dreh verändern, dass die Symbole nicht immer ihre gleiche Position haben, weil wenn ihr jetzt mal aufgepasst habt, waren jetzt glaube ich 30 Drehs und es ist nicht einmal das Käppchen durchgefahren in der Mitte, das würde ja so bedeuten, dass auf einer Walze 30x3 Symbole drauf sind, bis das Käppchen wieder kommt, also bin ich ein bisschen skeptisch, dass das so ist. Ich glaube, dass da überhaupt nicht viele Symbole drauf sind, sondern dass die Symbole sozusagen bei jedem Dreh von dem Programm neu angeordnet werden. Vermute ich mal. Also das sind mit Sicherheit keine festen Symbole auf dem Walzen. Musik 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 Vielen Dank. Na, jetzt lässt sich die Kappe überbüten, ha? Jetzt fährt sie rein. Viertel? Ach, ein Geizkragen, alter, hey. Erfahrungsgemäß kommt sie ja dann gleich nochmal, Leute. Oft kommen sie ja zwei, dreimal hintereinander, die Kappen und dann ewig nicht. Vielleicht ballert er sie nochmal. Das war ein Alpha hier, der sich hier gemeldet hat. Das ist übrigens das einzige Löwengerät, was ich momentan da habe. Ich verkaufe Löwengeräte nicht so gern. Die sind nicht so einfach zum richten. Da ist ADP ein bisschen besser. Der mault auch schon da rum. So Freunde, jetzt werden wir nochmal wieder hier abbrechen. Ein nächstes Video vorbereiten. Weil irgendwie hat der Joggers Cap hier gerade einen Geizkragen-Monus. Jetzt sage ich so, jetzt macht er die Jungen. Das ist schön, jetzt ist noch die 10er, dann sind wir reich. Eine Kappe, alter, alter, hey. Zweimal hintereinander, einmal nur umgewandelt. Wenn der noch die 10er dazu nimmt, das ist bitter. Ja Leute, jetzt sind wir bei 10 Minuten. Dreimal Kappe. Kohle verballert auf 1 Euro. Bereite ich mir das nächste Video vor. Pump mal hier meine Kiste noch auf, meine andere. Und dann schauen wir mal. Alles gut Leute, Abo, Like bitte wie immer. Würde ich mich freuen. Und schön anschauen. Abo setzen. Glocke setzen. Kostet nichts, alles gut. Denn hier wird es in Zukunft noch viel mehr, viel, viel mehr verschiedene Spiele geben, Leute. Alles klar. Vielen Dank fürs Gucken, Leute.